Der Nachtmodus, auch Dark Mode genannt, sorgt bei schlechten Lichtverhältnissen für eine angenehmere Leseumgebung und kann zusätzlich den Akkuverbrauch deines Smartphones reduzieren. In diesem Video zeigen wir dir, wie du den Nachtmodus aktivierst. Wische mit zwei Fingern vom oberen Bildschirmrand nach unten, um die Schnelleinstellungen aufzurufen. Wische nach links und tippe auf das Dark Mode Symbol, um die Funktion sofort zu aktivieren. Ist der Nachtmodus eingeschaltet, werden viele Apps, zum Beispiel der Kalender, im dunklen Design angezeigt. Der Nachtmodus lässt sich auch zeitgesteuert ein- und ausschalten. Rufe die Schnelleinstellungen erneut auf, tippe auf den Dark Mode Schriftzug und danach auf Details. Aktiviere den Punkt Zeitplan festlegen. Du kannst wählen, ob sich der Dark Mode zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang automatisch einschalten soll. Hierzu wird die Standorterkennung deines Smartphones benötigt. Alternativ legst du selbst Zeiten fest, innerhalb derer der Nachtmodus aktiv ist. Tippe auf Benutzerdefinierter Zeitplan, lege die Start- und die Endzeit fest und tippe jeweils auf Fertig. Zu den eingestellten Zeiten schaltet sich der Dark Mode jetzt automatisch ein- und aus.